Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Chain of Survival ist das Thema, Early CPR, also ich werde die ersten drei Ringe dieser Überlebenskette mit Ihnen durchgehen und die Post-Reanimationsbehandlung überlasse ich nach anderen Kollegen und Kolleginnen zur weiteren Erläuterung. Wie eben schon gesagt, sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der Krebs die häufigsten Todesursachen und die Herz-Kreislauf-Erkrankung immer noch an Nummer 1 und wenn man, wie gesagt, die plötzlichen Herztode herausrechnet, das werden wir gleich sehen, dann ist der plötzliche Herz-Kreislauf-Stillstand die Todesursache Nummer 3. Was ich mit Ihnen durchgehen will, ist eine deutsche Perspektive. Wir haben uns seit vielen Jahren mit dem Thema der Rehematologie, der Herz-Kreislauf-Wiederbelebung beschäftigt. Wir haben in Bad Woll einen Think Tank gegründet, der zum fünften Mal getagt hat. Wir haben das Rehemationsregister begründet, das schon ein zehnjähriges Jubiläum hat. Wir haben halt zehn Thesen aufgestellt, um halt auch 10.000 Leben in Deutschland retten zu können und ich möchte mit Ihnen diese Thesen ein wenig durchgehen und auch die Überlebenskette mit Ihnen durchgehen. Zur Inzidenz. Wie häufig ist jetzt tatsächlich der Herz-Kreislauf-Stillstand? Wir haben das Deutsche Reanimationsregister, wie gesagt, vor über zehn Jahren und haben mittlerweile einige und gute Rettungsdienste die Daten liefern. Hier ist eine Auswertung von 80 Rettungsdiensten, die 20 Millionen Einwohner versorgen und in diesen Rettungsdiensten haben wir in den Jahren 2016, 2017 eine Inzidenz, eine Häufigkeit von 113 Tats-Kreislauf-Stillständen gehabt, wo der Rettungsdienst hingerufen worden ist und geschaut hat, ob eine Reanimation noch individiert ist, ja oder nein. Und bei 59 von diesen Ereignissen pro 100.000 Einwohner und Jahr wurde tatsächlich dann auch eine Reanimationsbehandlung begonnen. Das bedeutet hochgerechnet auf die 82,5 Millionen Einwohner in Deutschland, 93.000 Patientinnen, die plötzlich versterben, sodass der Rettungsdienst gerufen wird. Das bedeutet über 48.000 Patientinnen, bei denen der Rettungsdienst auch tatsächlich eine Reanimationsbehandlung begonnen hat. Österreich ungefähr 8,8 Millionen Einwohner, also müssen Sie die Zahlen durch zehn teilen, dann wissen Sie, was in Österreich auch an Mengengerüst vorhanden ist. Für Deutschland bedeutet das aber 255 Patienten pro Tag, die plötzlich versterben und 950 Patienten pro Woche, bei denen eine Wiederbelebung begonnen wird. Das sind also doch enorme Zahlen, mit denen wir dort zu tun haben und die zeigt auch die bevölkerungsrelevante Identität und Größe dieser Problematik. In den ersten Bad Bauder Gesprächen haben wir von 70.000 Todesfällen gesprochen. Wie gesagt, es sind jetzt 90.000 Todesfälle und 50.000 Reanimationen. Das passt also ganz gut in diese Größenordnung hinein. Gehen wir in die Rettungskette hinein, Chain of Survival, die seit 2005, 2010 und 2015 gleich geblieben ist, in den entsprechenden Reanimationsrichtlinien. Und die erste Kette beschreibt, dass wir eine Early Recognition brauchen, Call for Help. Und wir sollten auch den Herz-Kreislauf-Stillstand vermeiden. Ich glaube, in diesem Kettenglied sind wir noch relativ dünn aufgestellt, denn wir haben zwar die Problematik erkannt für die Klinik, aber für die prähospitale Phase ist es noch relativ wenig bekannt, welche Prodromi werden denn tatsächlich berichtet, wie plötzlich ist der plötzliche Herz-Kreislauf-Stillstand. Also müssen wir nicht die Bevölkerung auch vielmehr aufklären, an den Brustschmerz, nicht nur an den Herzinfarkt zu denken, sondern noch eiliger tatsächlich ärztliche Behandlung aufzusuchen, um einen plötzlichen Kreislauf-Stillstand vielleicht auch vermeiden zu können. Erste Auswertung haben wir gestartet und stellen doch fest, dass halt so plötzlich der Herz-Kreislauf-Stillstand nicht ist, sondern einige Patienten tatsächlich auch Tage, manchmal auch Wochen vorher, Druckgefühl, enge Gefühl über der Brust haben und dann trotzdem sportliche Aktivitäten beginnen und ähnliches und dann plötzlich den Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden. Ich denke, das ist noch ein weites Forschungsfeld, was dringend noch weiter bearbeitet werden muss, um die Häufigkeit des plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstandes zu vermindern. Im zweiten Kettenglied geht es um die frühe CPR und das, was ich mit Ihnen durchgehen will, ist, dass wir eigentlich nicht nur eine frühe CPR brauchen, sondern auch eine gute CPR. Warum ist das so wichtig? Dazu will ich mit Ihnen in das Labor gehen. Wie gesagt, mit Bernd Böttiger zusammen im Max-Planck-Institut reanimiert. Dort haben wir auch Reanimationsmaschinen gebaut. In meiner Bonner Universitätskarriere haben wir am Schwein weitere Reanimationsversuche gemacht und dort auch eine ACD-Reanimationsmaschine gebaut. Und deswegen weiß ich doch sehr genau, wie schwierig es ist, tatsächlich eine gute CPR durchzuführen. Hier experimentell ein Kreislauf-Stillstand. Man sieht in der oberen Reihe das EKG, das Auslösen der Fibrillation. Das geht beim offenen Thorax am Schwein mit einer 9-Volt-Blockbatterie. Dann fängt das Herz an zu flimmern und Sie sehen, dass sofort der Blutdruck in der dritten Zeile dargestellt zusammenbricht und ein Herz-Kreislauf-Stillstand ausgelöst wird. Und in dieser experimentellen Serie haben wir mit direkter Herzmassage im offenen Thorax reanimiert. Und das ist schon ganz spannend zu sehen, was passiert über die Zeit? Als erstes, wenn Sie den Kreislauf-Stillstand ausgelöst haben, haben Sie ein Herz liegen, was sehr grob flimmern. Dann aber, weil es nicht durchblutet wird, immer weiter dilatiert und die Flimmeramplitude immer geringer wird. Und wenn man dann anfängt, im offenen Thorax zu reanimieren, ist es nicht selbstverständlich, dass das sofort gut funktioniert, wie Sie auch an den ersten Bildern hier unten sehen. Dort haben wir reanimiert. Wir haben zwar einen hohen Druck im linken Ventrikel auslösen können, aber in der Orta, der dann erforderlich ist für den Perfusionsdruck, war der Druck erstmal deutlich niedriger und es war keine Perfusion vorhanden. Also man muss auch bei der offenen Herzmassage das Herz so drücken, dass tatsächlich von der Herzspitze zur Herzbasis die Kontraktion abläuft und man damit dann einen optimalen Fluss aus dem Herzen heraus generieren kann. Und das haben wir in dieser experimentellen Serie unter Monitoring gemacht. Also die Doktoranden, die diese Versuche durchgeführt hatten, hatten den Monitor mit den Druckkurven vor sich und konnten die Herzdruckmassage am offenen Herzen im Thorax so durchführen, dass tatsächlich aortaler Druck optimiert werden konnte und der diastolische Druck in der Aorte optimiert werden konnte. Und Sie sehen dann hier, nach 5 Minuten, 10 Minuten Herzdruckmassage ist aus dem Kammerflimmern wieder ein grobes Kammerflimmern geworden und eine Defibrillation konnte erfolgreich diese Reanimation abschließen und ein Return of spontaneous circulation hat sich hier eingestellt. Ich habe das nochmal komprimiert dargestellt in einer anderen experimentellen Serie. Hier haben wir einen 15-minütigen Kreislaufstillstand. Auch hier sieht man wieder die elektrische Induktion des Kammerflimmerns. Und es ist völlig klar, wenn man in dieser frühen Phase schon defibrilliert, dann hat man ein Herz vor sich, was voller ATP, Postercretin ist. Das können Sie tatsächlich auch dann defibrillieren und das wird wieder vernünftig anfangen zu schlagen und einen Kreislauf wiederherstellen. Wenn Sie erst später dazukommen, ist das Flimmern schon degeneriert zu einem schwachen Kammerflimmern, fast zu einer Asystolie und hier muss erst eine Reperfusion durch Thoraxkompression und unsere Aussage auch folgend mit Adrenalin erfolgen, um wieder das zu erreichen, was ich eben sagte. Sie müssen einen diastolischen Druck aufbauen, um tatsächlich das Herz reperfundieren zu können während dieser Phase der Reanimation. Erst dann ist die Defibrillation erfolgreich. Das ist möglich. Jetzt habe ich hier den falschen Knopf gedrückt. Und das Ziel sollte sein, und da bitte ich auch immer darauf zu achten, den diastolischen Druck, wenn Sie das auf Intensivstationen machen oder im OP, im Auge zu haben und 25 Millimeter Hg sollte das Ziel sein für den diastolischen Druck. Also Sie sehen, nicht nur früh sollte angefangen werden, zu reanimieren, sondern Sie müssen auch eine optimierte Herzdruckmassage durchführen. Der diastolische Druck sollte Ihr Zielparameter sein. Das ist natürlich schwierig draußen in der Präklinik. Da müssen wir mit anderen Parametern leben. Da haben wir vielleicht CO2. Wir haben vielleicht Druckkurven, die wir generieren können über das Pulsoximeter. Aber das ist relativ schwierig. Gut, gehen wir jetzt zurück in die Bad Boller Thesen. Leben retten ist cool. Jeder kann ein Leben retten. Wir sollten uns wirklich anschauen, was ist hilfreich dabei, wenn wir eine frühe Reanimation brauchen. Brauchen wir tatsächlich eine CPR durch Lein? Ich habe diese These mal ein bisschen kontrovers für Sie aufgebaut. Denn man geht Gemeinden davon aus, dass Länder, bei denen die Leinreanimationsquote hoch ist, wie hier dargestellt in Holland und in Norwegen, dort haben wir 60, 70, 76 Prozent Leinreanimationsquote, während in Deutschland die Leinreanimationsquote zu diesem Zeitpunkt gerade mal bei 17 Prozent lag. Ein bisschen steht es aber im Widerspruch zu den Reanimationsergebnissen. Für das Weißbuch Reanimationsversorgung haben wir hier mal Rettungsdienste aufgelistet mit der entsprechenden Entlassungsrate pro 100.000 Einwohner und Jahr. Hier nochmal aktualisiert. Und wir sehen, dass Norwegen und Holland sehr gute Ergebnisse erzielen, aber nicht unbedingt in der Spitzengruppe sind. Deutsche Rettungsdienste schaffen es auch, deutlich mehr Patienten lebend aus dem Krankenhaus zu entlassen, auch mit einer niedrigen Leinreanimationsquote. Deswegen eine provokante These. Wir brauchen gar keine Leinreanimation. Es geht vielleicht auch mit weniger besser, Fragezeichen. Und da mich das nicht ganz hat ruhen lassen, bin ich auch nochmal mit anderen Ansätzen dieser These nachgegangen und habe mich genau damit beschäftigt, was hat das denn nun auf sich mit Hilfsfrist und Reanimationsfreien Intervall und welchen Nutzen hat auf dieser Ebene die Leinreanimation tatsächlich. Das Reanimationsfreie Intervall ist das Intervall von Kollaps des Patienten bis zum Beginn einer Leinreanimation oder einer professionellen Reanimation, je nachdem, wer als Erster beim Patienten ist. Und dieses Reanimationsfreie Intervall konnten wir im Reanimationsregister bei 6.208 Patienten in dieser Analyse darstellen. Es war im Mittel 6,9 Minuten. Und wir hatten für diese Patienten eine Entlassungsrate von 12% und mit guter neurologischer Erholung von 9%. Und wir haben diese Patientengruppe aufgeteilt in 6 Zeitgruppen entsprechend des Reanimationsfreien Intervalles 0 bis 1 Minuten 2000 Patienten und auch 9 bis 10 bis 11 Minuten 900 Patienten pro Gruppe. Also durchaus hinreichend große Gruppen, um eine Statistik zu machen. Und Sie sehen, dass das Reanimationsfreie Intervall von 0,8 Minuten in der ersten Gruppe bis auf 15 und nachher auch über 22 Minuten ansteigt. Und entsprechend sind auch die Aufnahmerate mit ROSC abgefallen von 50 auf 25% und mit Entlassungsrate von 17 auf 2 und mit guter Neurologie von 13 auf 1,2% der Patienten, bei denen die Reanimation begonnen worden ist. Wenn man das grafisch darstellt, sehen Sie eine lineare Abnahme der Häufigkeit einer Kreislaufwiederherstellung über diesen Zeitraum von 0 bis 20 Minuten. Und was für uns etwas erschreckender war, war dieser logarithmische Abfall. Und das zeigt eigentlich, wie wichtig es ist, frühzeitig mit der Reanimation zu beginnen. Denn wenn das Reanimationsfreie Intervall zunimmt, nimmt die Wahrscheinlichkeit drastisch ab, dass ein Patient mit guter neurologischer Erholung das Krankenhaus oder diese Krankheit überstehen kann, das Krankenhaus verlassen kann. Und wir haben dann in einer weiteren Untersuchung nochmal das Reanimationsfreie Intervall aufgetragen, gegen den, der die Reanimation begonnen hat. Hier die Laienreanimation mit BCPR dargestellt, ganz vorne, die Telefonreanimation und First Responder in den nächsten beiden Punkten. Und der Rettungsdienst, wenn der anfängt zu reanimieren, ist ein Reanimationsfreies Intervall meistens schon von 10 Minuten zu beklagen. Und sehen auch hier den drastischen Abfall der Überlebenswahrscheinlichkeit, wenn halt gerade nicht der Laie begonnen hat, sondern erst der Rettungsdienst. Also, man kann die These verwerfen, natürlich brauchen wir eine Laienreanimation, es gibt gute Daten dafür, aber, und das will ich in dem weiteren mit Ihnen noch durchgehen, wir brauchen ein System, um mehr Leben zu retten. Laienreanimation alleine reicht nicht aus, um tatsächlich zu guten Ergebnissen zu kommen. Fangen wir an beim professionellen Rettungsdienst mit der Leitstelle. Die Leitstelle ist da tatsächlich ein Ankerpunkt, ein Kernpunkt, wir müssen dazu kommen, dass diese Leitstelle den Herz-Kreislauf-Stillstand erkennt und auch schon die entsprechenden Anleitungen zur Wiederbelebung erteilt. Das ist in den ERC-Leitlinien ganz eindeutig mit diesem Dreieck der Hilfe dargestellt worden. Die Leitstelle als zentraler Punkt, um eine frühe Reanimation beginnen zu können und wenn wir ein gut ausgebautes System haben, haben wir auch den ARD vielleicht rechtzeitig zum Patienten zu bringen. Das ist allerdings nicht so ganz einfach. Wie gesagt, in den Bad Boller Reanimationsgesprächen haben wir mit dem Herrn Hackstein, der in Flensburg arbeitet, einen absoluten Promoter von dieser Idee. Wir selber haben uns Ziele gesetzt. Wir haben das gefordert im Weißbuch, im Eckpunktepapier, dass die Telefonreanimation in Deutschland flächendeckend zu erfolgen hat. Wir haben aber festgestellt, wir sind noch am Anfang. Mit 0% haben wir angefangen. Wir sind vielleicht jetzt bei 20 bis 30% und 50% sollte das Ziel sein. Die gute Nachricht ist, wir haben tatsächlich diese ansteigenden Zahlen. Wir sind jetzt bei 20 bis 30% in Deutschland, wenn man das Reanimationsregister befragt. Wir müssen auch im Detail lernen, warum das nicht funktioniert. Manchmal liegt es daran, dass die Leitstelle den Kreislauf-Stillstand nicht erkennt. Dann kann es aber auch daran liegen, dass natürlich der, der die Anweisung erhält, es nicht durchführen kann. Eine 80-jährige Frau, ihren 80-jährigen Mann versucht zu reanimieren. Kann technisch schwierig sein. Aber trotzdem gibt es dann noch Potenzial, was wir dringend ausschöpfen sollten, um dort die Rettungskette früh und effizient beginnen lassen zu können. Immerhin hatten wir im Jahre 2017 schon 2750 Patienten in Deutschland, die eine Telefonreanimation erhalten haben. Und das sind auch schon ganz ermutigende Zahlen. Mit einer Doktorarbeit, Frau Teufel, haben wir dies auch statistisch untersucht. Und wir sehen hier auch nochmal die entsprechenden Reanimationserfolge. ROSK-Rate, Krankenhausaufnahme mit ROSK, Entlassungsrate hier entsprechend. Und wir sehen, dass die Leinreanimation auch hier zu einem signifikanten Überlebensvorteil führt, wenn man es vergleicht mit einer Gruppe, die keine Leinreanimation bekommen hat. Und wir sehen auch, dass die Telefonreanimation bezüglich der Entlassungsrate auch einen Vorteil darstellt, bezüglich der Krankenhausaufnahmerate noch nicht. Aber auch da zeigt sich schon, Telefonreanimation ist in Deutschland wirksam und sinnvoll. Also Leinreanimation ja, Telefonreanimation ja, aber das mit dem System geht noch weiter. In Deutschland haben wir sehr heftige Diskussionen über die Hilfsfristen auch. Die Hilfsfrist ist das Zeitintervall, was der professionelle Rettungsdienst benötigt, ab der Alarmierung beim Patienten zu sein. Wir haben verschiedene Untersuchungen gestartet, denn bei uns ist es so, dass die Politik zum Teil sagt, naja, Hilfsfrist ist nicht so wichtig, das reicht ja, wenn Leinreanimation gut ausgebildet ist, das reicht doch aus und es ist egal, wann die professionelle Rettung kommt, das kann ja ruhig in 10 oder 15 Minuten sein. Und gestern haben wir hier auf dem Kongress ja auch schon gehört, wie die Rettung in Österreich organisiert ist, sehr unterschiedlich, zum Teil auch auf freiwilliger Basis. Und ich glaube, man muss tatsächlich sehr ernsthaft darüber nachdenken, welche Hilfsfrist man erreichen kann, denn die hat einen Einfluss auf das Reanimationsergebnis, wie wir in den wissenschaftlichen Arbeitstagen in Kiel gezeigt haben. Wir bereiten gerade eine Publikation für das Deutsche Ärzteblatt vor und haben hier eine größere Studie an 17.000 und 13.000 Patienten aufgelegt. Und Sie sehen hier aktuelle, noch nicht veröffentlichte Zahlen diesbezüglich. Unten ist die Hilfsfrist aufgelistet in fünf Zeitsplots. Null bis zwei Minuten und dann größer als zwölf Minuten die Hilfsfrist. Und Sie sehen als erstes die Entlassungsrate über die zunehmende Hilfsfrist und die nimmt ab über die Zeit, auch wenn der Patient eine Laienreanimation erhalten hat. Die nächste Kurve zeigt Ihnen die Patienten, die keine Laienreanimation erhalten hat und auch da nimmt die entsprechende Überlebenswahrscheinlichkeit ab mit der Zeit. Also Laienreanimation zum einen, aber auch die Hilfsfrist zum anderen hat einen enormen Einfluss auf die Überlebenswahrscheinlichkeit. Wir haben die entsprechende Statistik durchgeführt. Und Sie sehen, das ist ein signifikanter Abfall über die Zeit in beiden Gruppen. Und die Laienreanimation ist jeweils besser, als wenn ich keine Laienreanimation beim Patienten habe. Ein erstes wichtiges Ergebnis, Hilfsfrist, hat einen Einfluss. Im Weiteren haben wir uns überlegt, woran liegt es denn tatsächlich, dass professionelle Hilfe sinnvoll ist, ja oder nein. Und wir stellen halt fest, je schneller die Profis da ist, desto häufiger wird früh defibrilliert, desto häufiger gibt es auch einen Vasopressor. Und das sind ganz wichtige Indizien, dass es halt nicht erreicht, alleine den Laien drücken zu lassen, zum Teil ja auch ohne Beatmung, sondern wir brauchen hier die Kombination zwischen der Laienreanimation, der beginnt und der Profi, der dann mit den entsprechenden Mittel, defibrillation, Atemwegsmanagement, Vasopressorgabe, eine professionelle Reanimation fortführt. Dass Epinephrin nicht sinnlos ist und dass die frühe Gabe ebenfalls sinnvoll ist, wurde in einer amerikanischen Studie gerade publiziert im März, Resuscitation Outcome Konsortium aus Nordamerika, zeigte auch die entsprechende Abhängigkeit. Das ist für die Zeit nach der Epinephrin-Gabe. Je später das Epinephrin gibt, desto geringer ist die Überlebenswahrscheinlichkeit. Es gibt die entsprechenden statistischen Analysen. Und wie gesagt, pro Minute verzögerte Adrenalin-Gabe nimmt die Überlebenswahrscheinlichkeit um 4% ab. Also auch da sehen Sie, es ist notwendig, dass der Profi rechtzeitig beim Patienten ist und mit den entsprechenden erweiterten Maßnahmen die Reanimation fortführt. Eine weitere interessante Studie zu diesem Formenkreis gibt es aus Dänemark. Dänemark hat ebenfalls, so wie wir, auch die Beiständer-CPR über die Hilfsfrist sich angeschaut. Mit Beiständer, ohne Beiständer-CPR sieht man auch hier den drastischen Abfall der Überlebenswahrscheinlichkeit. Und die Kollegen haben mit einem Multi-Regressionsmodell auch geschaut, wie viele Leben sind denn potenziell zu retten. Und man hat festgestellt, Dänemark mit 5,7 Millionen Einwohnern ließen sich bei einer Verkürzung der Hilfsfrist von 7 auf 5 Minuten im Mittel 119 Leben pro Jahr retten. Also das sind auch schon beeindruckende Zahlen, die die Dänen hier entsprechend generiert haben. Auf Deutschland hochgerechnet wären das 1.700 Menschenleben mehr, wenn man tatsächlich die Hilfsfrist entsprechend straffen könnte. Unsere eigene Untersuchung kommt zu ähnlichen Resultaten. Wir haben schnelle und langsame Rettungsdienste verglichen. Schnelle Rettungsdienste grün dargestellt, die langsamen rot dargestellt. Und wir sehen hier in den Säulen, dass tatsächlich in schnellen Rettungsdiensten häufiger reanimiert wird und häufiger ein Patient mit einem eigenen Kreislauf ins Krankenhaus aufgenommen wird. Und was Neues in dieser Untersuchung ist, dass wir auch mehr Patienten pro 100.000 Einwohnern und Jahr lebend aus dem Krankenhaus entlassen können. Und wenn man diese Kalkulationen als Grundlage nimmt und davon ausgeht, dass 60% der Rettungsdienste in Deutschland zu den langsamen gehören, so könnten auch hier durch die Beschleunigung von langsam auf schnell, da geht es um 1,5 Minuten im Mittel, könnten 1040 Leben gerettet werden. Also auch hier zeigt sich eindeutig, Hilfsfrist ist relevant für das Überleben nach plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand. So, was gehört noch dazu, aus einer frühen CPR eine gute zu machen? Zum Beispiel auch Feedback-Systeme sind zu empfehlen. Dort gibt es verschiedene Systeme am Markt. Es gibt noch wenige Studien, die aber durchaus zeigen, dass die Reanimationsqualität gesteigert werden kann, wenn ich ein solches Feedback-System im Rettungsdienst einführe. Wir haben eine Untersuchung mit dem Reanimationsregister in Münster gemacht und hier gab es dann auch einen Überlebensvorteil, zumindest kurzfristig konnte dargestellt werden, in dieser Abbildung dargestellt. Und das zeigt, dass man tatsächlich mit diesem Feedback vor Ort und Feedback als Teamdebriefing den Rettungsdienst online und kontinuierlich schulen kann, um die Reanimation besser durchführen zu können. Ein nächster Punkt. Gute CPR bedeutet nicht nur früh zu beginnen, es bedeutet nicht nur durch den Profi zu beginnen, sondern es hat auch was mit Atemwegsmanagement zu tun. Da gibt es auch zwei interessante Untersuchungen. Zum einen aus dem Reanimationsregister mit dem Nils Henning Behrens, veröffentlicht jetzt auf den Watten. Dort haben wir eine Match-Pair-Analyse gemacht mit 1.654 Paaren, verglichen Patienten, die einen Atemweg brauchen. Die eine Gruppe wurde primär intubiert, die andere hatte einen Larynx-Tubus bekommen und man sieht hier auf diesem entsprechenden Plot, dass tatsächlich die ITN jeweils besser war für die Outcome-Punkte ROSC bis hin zur neurologisch guten Entlassung zeigte sich ein Vorteil, wenn tatsächlich der Patient primär einen Larynx-Tubus erhalten hat. Ähnliches wurde hier aus Österreich berichtet, aus Wien, Patrick Sulzgruber hat das publiziert. Dort wurde auch eine Untersuchung gemacht, der Impact of Airways Strategy. Hier gibt es ein Paradoxon, nämlich die erste Gruppe, wenn ein Patient gar keinen Atemweg braucht, nur mit Maske und Beutel beatmet worden ist, so sind diese Patienten extrem gut im Outcome. Nimmt man diese aber aus dieser Untersuchung heraus und guckt sich dann die Patienten an, die tatsächlich wie bei uns auch einen Atemweg erhalten hat, so zeigt sich eindeutig, dass ITN, das ist hier der endotracheale Tubus, besser ist, als wenn ich nur einen Larynx-Tubus verwende. Die Theorie dahinter steckt halt, dass ich nicht nur eine gute Herzdruckmassage brauche, sondern natürlich auch eine Reoxygenierung brauche. Und der Larynx-Tubus ist halt nicht immer in der Lage, diese Oxygenierung sicherzustellen. Und deswegen wird auch hier empfohlen, dass man tatsächlich die primäre endotracheale Intubation trainieren muss und entsprechend umsetzen muss, um dort zu dem entsprechenden Erfolg kommen zu können. Deswegen am Ende dieses Vortages Fazit und Ausblick. Die Reanimationsqualität in Deutschland ist in den Top-Zentren sicher gut im internationalen Vergleich. Aber wir wissen auch, dass es viele Dienste gibt, die gar keine Daten liefern. Und damit wir auch gar nicht wissen, wie gut oder wie schlecht die sind. Wir wissen, dass Early-CPR absolut wichtig ist. Das Reanimationsfreie Intervall muss verkürzt werden. Es beeinflusst die Überlebenswahrscheinlichkeit wirklich relevant. Nichtsdestotrotz, oder gerade um das zu erreichen, brauchen wir Verbesserungen in der Ausbildung. Kleinreanimationsquote, Ziel größer 60 Prozent für Deutschland und Telefonreanimationsquote größer 50 Prozent. Aber wenn nicht die Rettung dann in der richtigen Zeit kommt, Hilfsfrist ist mitlebensentscheidend. Und für eine Verkürzung von 5 aus 7 Minuten könnte 1.500 Patienten mehr das Leben retten in Deutschland. Also wir müssen sowohl als auch dort tätig werden. Wir können eine gute Reanimation auch, wie gesagt, dadurch verbessern, indem wir mit Feedback-Systemen arbeiten, die endotracheale Intubation trainieren, frühe Defibulation trainieren und auch die Adrenalingabe bei der entsprechenden Indikation frühzeitig applizieren. Damit bin ich im ersten Teil meines Vortrages fertig. Wir können gerne das Zwischenzeug diskutieren, wenn gewünscht ist. Oder ich, machen wir das so? Genau, denn ich habe, wie gesagt, Jan Breckwold ist erkrankt, akut. Und dort wollte ich den Vortrag auch gleich ergänzen. Vielen Dank, Herr Matthias Fischer. Erstmal als Matthias Fischer einen Applaus. Wir haben alle gesehen, wie beeindruckend die Daten sind, die das Deutsche Reanimationsregister für Deutschland liefert. Und ich glaube, man kann sagen, das ist ja eine Initiative innerhalb der deutschen Anästhesiologie, dass das Register die Ursache ist, warum viele Dinge sich in der gerade Laienreanimation und in den ersten Ketten der Rettungskette, in den ersten Gliedern der Rettungskette, tatsächlich deutlich verbessert haben in Deutschland. Sie haben die Anstiege gesehen, eine Laienreanimationsquote, die von 15 auf mittlerweile wahrscheinlich 40 Prozent ansteigt. Das ist schon ein gesamtgesellschaftliches Experiment, das richtig Impact hat auf das Überleben der betroffenen Menschen. Weil Sie haben auch gesehen, der Rettungsdienst, so gut er ist, er kommt eigentlich meistens zu spät. Und das liegt nicht am Rettungsdienst, das liegt auch nicht daran, man kann den gar nicht so gut organisieren, dass der in drei Minuten da ist. Das liegt einfach an dem Krankheitsbild und da braucht es andere Ansätze. Darf ich mal fragen, wer arbeitet im Rettungsdienst von den hier Anwesenden? Also einige, danke schön. Wer arbeitet im Krankenhaus? Also wir haben hier sozusagen alle oder verschiedene Glieder der Rettungskette vertreten und ich würde gerne die Diskussion eröffnen, wenn Sie möchten. Bitte sehr, da hinten ist eine Frage. Matthias, kannst du die Frage noch mal wiederholen, damit es auch in den Livestream geht, bitte. Ich gehe um die Tierexperimentellen Fragestellungen. Genau, die Frage war darum, wir hatten in diesem Versuch von 10 Minuten Kammerflimmern gemacht und dann angefangen zu reanimieren und die neurologische Erholung der Tiere wurde gefragt, die haben natürlich nicht die neurologische Erholung untersucht. Aber mittlerweile gibt es Experimente von den Kollegen Trummer aus Freiburg, wobei Schweinen eine kreislaufschlusszeit von 15 Minuten und 20 Minuten untersucht wird, inklusive neurologischer Erholung. Und in diesen Experimente, mit speziellen Reperfusionsstrategien, ist es möglich, auch diese Tiere wieder in einen neurologischen Taktenzustand zu reanimieren. Also die Überlebungszeit des Gehirns ist deutlich länger als die 3 bis 5 Minuten, die wir bisher angenommen haben. Nichtsdestotrotz ist eine frühe Leinreanimation erforderlich, weil diese Reperfusionsstrategien bisher ausstätigend experimentell zur Verfügung stehen. Eure Fragen? Ja, jetzt kommt ein Mikrofon zu Ihnen. Wunderbar. Ich gehe mich aus Graz. Grüß Gott. Vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich schaue voller Interesse diese Folie an und stelle vor allem bei Punkt 5 irgendwie eine Quadratur des Kreises fest. Es hilft ja nichts, wenn ich die Hilfsfrist verkürze und irgendein Rätungsauto hinschicke, wo jemand dann drauf sitzt, der 100 Stunden Ausbildung gehabt hat, wobei das ja schon gut ist. Man braucht ja auch einen, der dann gut CPR macht. Das heißt, der muss intubieren können, Leitung legen können und braucht eine entsprechend lange Ausbildung. Das stelle ich mir gleichzeitig mit der Verkürzung der Hilfsfristen als epidemiologisch außerordentlich schwierig vor. Aber in ihm an, Sie haben sich sicherlich schon mehr Gedanken darüber gemacht. Das ist die nächste Frage. Im Moment ist die Analyse das ersteintreffende Rettungsfahrzeug. In Deutschland haben wir allerdings eine andere Organisation. Der Rettungsdienst ist tatsächlich, das haben wir auch gestern nochmal sehr eindrücklich gehört, ist professionell unterwegs. Also es gibt kaum, sage ich mal, Rettungsdienstmitarbeiter, die das nicht als Hauptberuf machen. Wir haben mittlerweile alle eine zweijährige, demnächst eine dreijährige Ausbildung. Die können auf jeden Fall die Defibrillation durchführen. Der Notfallsanitäter soll in solchen Situationen zukünftig auch eine Leitung legen und auch Arsenalin geben. Mit der endotarialen Intubation sind wir da mal ein bisschen zurückhaltend. Aber das sind die Ausbildungskonzepte, die in Deutschland umgesetzt werden. Und es ist auch so, dass in manchen Bundesländern natürlich auch der Notarzt eine Hilfsfrist hat. In Baden-Württemberg ist die genauso kurz oder lang wie für den Rettungswagen. Also auch da ist der Notarzt in 95 Prozent in 15 Minuten beim Patienten. In anderen Bundesländern ist das ein bisschen anders organisiert. Aber der Notarzt kommt in einer adäquaten Zeit mit hinzu im Sinne des Fondivus-Systems. Aber da kann ich Ihnen noch keine aktuellen Daten dazu geben, wie groß der Impact des Notarztes ist nach 10 Minuten, nach 15 Minuten gegenüber dem Rettungsdienst. Das ist noch nicht ausgewertet. Wir haben eine Meta-Analyse gemacht und alle internationalen Studien reingenommen, ob denn Notärztinnen und Notärzte das Überleben zusätzlich verbessern zum Einsatz von Paramedics. Und da ist rausgekommen, dass sie das Überleben verdoppeln im Vergleich zu Paramedics. International. Also, sagen wir mal so, es gibt bisher noch keine randomisiert kontrollierte Studie dazu, aber es gibt bisher auch noch keine randomisiert kontrollierte Studie dazu. dass Ärzte in Krankenhäusern das Überleben verbessern. Im Gegenteil, es gibt eine Studie, die in England durchgeführt wurde, da waren die Ärzte zwei Wochen am Streik und da hat man mal untersucht, was das auf das Überleben der Menschen im Krankenhaus für Auswirkungen hatte und das Überleben war tatsächlich besser. Da wollte uns zu denken gehen. Sie sehen, wie komplex das ist. Da sieht man mal, wie schwierig es ist, die Studien richtig zu machen und auch richtig zu interpretieren. Wir sind ja alle davon überzeugt, dass Ärzte vielleicht auch einen positiven Impact haben. Es wäre sehr schade, wenn dem nicht so wäre. Weitere Fragen? Ich hätte eine kurze Frage zwischendurch haben. Wie viel Prozent der deutschen Rettungsdienste melden in das Register? Können Sie das ungefähr quantifizieren? 40 Rettungsdienste in Deutschland? Und wie gesagt, jetzt habe ich 80 eben dargestellt und 20 Millionen Einwohner bei 80 Millionen, also 25 Prozent haben wir ungefähr ein Covering der deutschen Bevölkerung mit dem deutschen Rettungsregister. Das ist ganz beachtlich, weil es halt freiwillig ist, nicht irgendwie gesellschaftlich gefordert. Und von daher hoffen wir noch weiter zu wachsen, aber das ist im Moment der Status, ungefähr 25 Prozent der Bevölkerung werden abgedeckt und gemonitort über das Renemationsregister. Herr Benendt. Ja, Jan Benendt aus Kiel. Matthias, vielleicht kann ich da noch mal ganz kurz einspringen in der Vorbereitung auf den aktuellen Jahresbericht des Renemationsregisters und auf die Eureka 2-Studie. Wir haben angemeldete Rettungsdienste, jetzt unabhängig davon, ob sie valide Daten liefern oder nicht, von den 240, die Matthias gerade genannt hat, 140 in Deutschland. Das ist bei den Kliniken noch ein deutlich weniger, kleinerer Prozentsatz. Und für das aktuelle oder für das vergangene Jahr 2017 decken wir mit den Anmeldezahlen ungefähr 30 Millionen Bevölkerung ab. Also noch deutlich unter der Hälfte. Es ist aber auch ein freiwilliges Register und leider kein verpflichtendes. Aber immerhin 20 Millionen ist zweimal Österreich, was wir schon abdecken, das ist auch nicht so schlecht. Gut. Ich habe vielleicht noch eine letzte Frage an Sie alle. Die Amerikaner haben ja diesen Begriff Chain of Survival sozusagen in die Welt gesetzt und glauben auch, dass sie ihn erfunden haben. Aber wissen Sie, wer den Begriff Chain of Survival oder vielleicht auch den Begriff Rettungskette als erstes Mal erwähnt und auch publiziert hat? Weiß das jemand? Matthias Fischer weiß das sicher, oder? Der gute Herr Hahn, natürlich. Ja, das ist ein Anästhesiologie-Professor aus Ulm und Mainz gewesen. Er hat in den 70er Jahren die Rettungskette publiziert. Das haben die Amerikaner ein bisschen vergessen, aber wir erinnern Sie immer wieder dran. Amen. 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 Vielen Dank.